Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu diesem Video, mal wieder mit der Michelle, Diamantakids, folgt ihr, Kanal ist unten in der Infobox verlinkt. Wir werden heute wieder ein echt cooles Video für euch drehen und zwar ist die gesamte Familie seit der ganzen Ausgangssperre, Quarantäne und so weiter im TikTok-Fieber. Wir lieben TikTok und ich habe mir gedacht, ich nutze oder wir nutzen diese Zeit, dass ich diese coolen TikTok-Tänze endlich lerne. Ihr kennt schon diese Renegade, Renegade, Renegade oder wie auch immer die ganzen TikTok-Tänze gehen und die Michelle wird mir dabei helfen, weil sie ist ein richtiger Pro. Folgt uns übrigens auf TikTok, hier ist die gesamte Familie, wie wir heißen und da werden wir die Endergebnisse dann auch posten und ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich habe mir nämlich richtig schwere Tänze ausgesucht, ob ich die jetzt schaffe zu lernen, werden wir sehen, also bleibt dran, falls ihr das sehen möchtet. Und ganz viel Spaß mit dem Video. Los geht's mit dem ersten Tanz. Hast du den Kopfhörer drin? Ja. So. So, wir schauen uns den mal kurz an. Du kannst den ja schon ein bisschen, oder? Ja. Das ist schon schwer. Überall macht es das so schnell so. Wie macht es das sehr schnell? Okay, wir schießen uns dann gehendertig, oder? Ja. Das kann ich auch, da kann ich sagen. So, ist das wie? Weiß ich was? Also, krumm, krumm, Kreuz, dann so? Ja. Nochmal, wie machst du? Also, So, wir probieren es jetzt. Wir haben jetzt lange, lange geübt. Kannst du es? Ja. Okay. Kann man das langsam auch, oder ist das blöd aus? Das ist dann zu schnell in einem Video. Machen wir 10 Minuten oder was? Drei Sekunden. Also gut, Michael, du musst mich anleiten. Ich habe mich so gemass. Vergessen. Leider. Ich habe das auch vergessen. Ist ja mal das langsam. So, wir haben es. Es ist nicht perfekt, aber es ist gut, oder? Ja. So, meine Lieben, jetzt kommen wir zum zweiten TikTok-Dance. Der schaut ein bisschen einfach aus, aber ist es nicht. Wahrscheinlich. Wir werden jetzt sehen, ob wir das besser hinbekommen. Deswegen, let's try. Ich habe schon ein bisschen den Dreh, oder? Mal? Ja. In der gleichen Zeit. Ich habe ganz gern gesehen, weil meine Lieben die Daumen des Dreh аgeberta. Wir haben die Dreh-dreh-dreh-dreh-dreh-dreh-dreh-dreh-dreh-dreh-dreh-dreh-dreh-dreh-dreh-dreh-dreh-dreh-dreh. Genau. Das war das Kiste. So, wir haben die. Lass mal das. Okay. Lass mal das. Wir lassen das jetzt. Lass mal das? Oder willst du nochmal probieren? Ja, lassen wir das. So meine Lieben, die Michelle hat jetzt den nächsten Tanz ausgesucht. Sie kann ihn schon, das ist aber sehr, sehr schwierig. Probieren wir mal, ob wir das können. Also ich. Ja. Das sind zu viele Mosen für mich. Renegade schaffe ich einfach nicht. Was ist mit dem? Das ist einfach, oder? Ich kann es nicht. Ich kann es nicht. Ich kann es nicht. Nach links. Auf. Und dann noch. Ach so. Da, da. Nicht einfach. Nach links. Rechts. Links. Rechts. Links. Da. Dann so. Und dann so. Ehhh. Äh. ,, ,, Du bist so fein aus der Kamera. Du machst es besser. So, das nächste ist wieder... Bisschen schwierig, oder? Ja. Mal schauen, ob wir das schaffen. Also ich. Ich. Du kannst tanzen, wenn ich auch irgendwas noch mag... Ich verstehe den Tanz nicht. Ich merke mir das nicht, Michelle. Ich kann es ihr nachmachen. Aber ich kann es mir, das merke ich mir in meinem Kopf nicht. Michelle muss es jetzt eine Stunde lang üben. Ich werde schon müde. Man merkt schon, dass es meine Leistung nachlässt, oder? Ich mache irgendwas. Das lassen wir, oder? Haben wir es geschafft? Ich sage es euch, Leute. Ich bin 35 Jahre, das merkt man. Mein Kopf tut schon weh. Ja, meiner auch. Oh Gott, das war ein richtiger Sport. Also, das war mega lustig. Mal sehen, wie viel wir abgenommen haben. Mega lustig. Also, falls ihr TikTok noch nicht habt, dann ladet es euch runter. Das macht mega viel Spaß. Vor allem, wenn ihr so ein kleines Girlie-Girl habt. Ein Eichhörnchen. Ein Eichhörnchen. Ein Eichhörnchen? Hier ist es auch so wild. Also, wild. Ja, auf jeden Fall. Macht es mega, mega Spaß. Schaut euch unbedingt unsere TikToks auch an. Supportet uns auf TikTok. Wir würden uns sehr, sehr freuen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt einen Daumen nach oben. Schaut auch gerne bei der Michelle vorbei. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. vivieren Sie? Ich sieg mal clinicisch in Baltimore. わnote ich erstmal